Der Verfassungsschutz definiert verbindlich, wer in Deutschland als Extremist gilt und wer in Deutschland als legitime Protestgruppe gilt. Und das mit einer ziemlichen Freiheit. Da gibt es keine strikten gesetzlichen Vorgaben, sondern da gibt es die Deutungshoheit eines Geheimdienstes, der natürlich auch eigene politische Agenda, eigene politische Haltung einfließen lässt. Also die Theorie ist, der Verfassungsschutz soll die Demokratie schützen vor Gruppen, die die Demokratie gefährden durch ihre politischen Aktivitäten. Durch radikale Forderungen oder dadurch, dass sie zum Beispiel die Marktwirtschaft oder das parlamentarische System mit ihren Argumenten infrage stellen. Aber die Praxis ist, dass natürlich man dabei ziemlich weit gehen kann und dass man auch im Namen von Wehret den Anfängen auch schon Gruppen, die ein bisschen den Status quo infrage stellen, die ein bisschen grundlegendere Fragen stellen, in so eine Ecke stellen kann als Extremist.